Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr es im Titel schon gesehen habt, machen wir heute wieder ein Unboxing. Und zwar von der Chess of Fandoms. Das ist diesmal keine Monatsbox, sondern eine Special Buchbox zu einem bestimmten Buch. Deshalb wundert es mich auch ein bisschen, dass die stinknormale grüne Verpackung geworden ist. Normalerweise sind die Sonderboxen auch immer in Sonderumverpackungen. Aber diesmal anscheinend nicht. Keine Ahnung woran es liegt. Wie ihr in diesem Video, das ich euch hier verlinke, schon erfahren habt, wird das auch die letzte Chess of Fandoms sein, die ich bestelle. Was die Monatsboxen angeht, definitiv. Ja, wenn jetzt irgendeine super, super, super tolle Buchbox, ohne die ich nicht leben kann, auf den Markt gebracht wird, werde ich mir es vielleicht nochmal überlegen. Aber ich bin einfach so unzufrieden aktuell mit dem Service, den Chess of Fandoms bietet. Das habe ich ja auch in dem Video schon erzählt, was Lieferzeiten etc. angeht. Aber ja, wenn man ewig auf eine Antwort warten muss oder dann noch angepumpt wird, ist das halt nicht so kundenfreundlich. Und man als Kunde hat halt dann auch nicht so die Lust, dort dann noch Geld auszugeben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ob ihr dann sagt, scheiß drauf, ich will die Artikel haben, mir doch egal, ob die freundlich sind oder nicht. Oder ob ihr dann auch sagt, nö, dann gebe ich lieber jemand anderen mein Geld. Egal. Ich will hier jetzt auch gar kein Hate-Video machen. Das ist einfach meine Meinung, dass ich da nicht so zufrieden bin. Aber heute soll es ja um die Chess of Fandoms Special Box zum Buch Scherbenthronen gehen. Ja, ich habe sie schon mal hier unten aufgemacht, damit wir jetzt nicht so viel Stress haben. Also ich habe sie noch gar nicht offen gehabt. Das machen wir nämlich jetzt zusammen. Ja, hier gibt es obendrauf wie immer die Spoiler-Karte. Die legen wir aber direkt mal weg. Und hier ist quasi das Logo der Buchbox, um die es geht. Schattenthron ist gerade jetzt im Januar auf den Markt gekommen. Im Karlsson Verlag. Hier hinten drauf ist natürlich wieder die Foto-Challenge. Das gucke ich mir jetzt aber auch nicht so genau an. Weil sonst weiß ich nämlich schon, was da drin sein wird. Oder was da drin auf mich warten wird. Wie immer im Seitenpapier eingepackt. Wie immer mache ich es kaputt. Mehr Kulver. Uh, da spricht mir doch schon direkt was ins Gesicht. Ich glaube, ich habe mein Highlight schon gefunden. Warte mal kurz. Noch besser kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Alles andere wird mich ab sofort mal glücklich enttäuschen. Wenn ich es in diesem Leben noch rauskriege, dann zeige ich es euch. Ist das cool. Also das ist definitiv ein Highlight. So, jetzt muss ich mal ein bisschen runtergehen. Uh, die ist aber ganz schön eng. So, ich werde jetzt meine Kamera nach hinten schieben. Ich werde jetzt das ganze Video mit Krone weiterdrehen. Ich habe hier was Silbernes an. Das passt ja gar nicht zu meiner Krone. First World Replace, wenn man sowas. So, jetzt machen wir mal den ganzen Schischi hier raus. Braucht kein Mensch. Aber immerhin ist es aus Pappe. Sehr nachhaltig. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem zugestaubten Buch an. Ja, das ist das gute Stück Schattendronen. Er bin der Dunkelheit im Carlsen Verlag gerade neu erschienen. Hinten gibt es auch ganz viele Schatten. Und einen Buchschnitt. Da ich den Original Buchschnitt von Carlsen auch kenne, der bei Carlsen aber nur hier vorne drauf ist, muss ich jetzt leider sagen, dass der Original Schchnitt schöner ist als der Sonderschnitt. Aber ja, es kommt ja auf den Inhalt an. Bin mal gespannt. Ich werde es auch mit einer Freundin lesen, die die Box auch gekauft hat. und dann lassen wir es mal überraschen. Ich muss mal die Kamera ein Stückchen hochstellen, damit man auch diese wunderschöne Krone überhaupt sieht. So. Müsst ihr halt jetzt vorliegt mit meinem Gesicht nehmen. Dann haben wir hier eine Tüte. So eine Bonbon-Tüte ist das. Und auch die mache ich wieder kaputt. Also ich muss sagen, die Chest of Phantoms Sticker kleben sehr gut. So. Was haben wir denn hier? Das sieht nach einer Kette aus. Die ein bisschen verduddelt ist. Ich hoffe, die kriege ich noch auseinander. Die sieht nämlich sehr verknotet aus. Aus deinem Schmerz wurde eine Kriegerin geboren. Ja. Hier ist noch so ein Sticker drauf. Ich muss das mal kurz entwehren. Ich schwöre euch, wenn die verknotet ist, raste ich aus. So. Ein Moment. Dumm-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum. So. Eine Silberkette mit einem Kronenanhänger. Ich gucke mal, was auf der anderen Seite ist. Ach ja. Auf der anderen Seite ist der Slogan Wenn irgendwas mit Schmerz aus deinem Schmerz wurde eine Kriegerin geboren. Eingraviert. Da ich jetzt immer meine Malerkette anhab, werde ich die jetzt vermutlich nicht anziehen. Aber ist ganz schön. Ist noch was anderes. So. Was haben wir denn hier noch? Ah. Ein Leserbrief von der Autorin Die Blablub. Den lese ich mir gleich durch. Entkommst du der Dunkelheit, ohne dein Herz an die Schatten zu verlieren. Sieht aber auch sehr schön aus mit den Blumen und Schwertern und mit der Krone. Das würde ich mir gegebenenfalls sogar noch ins Regal stellen. Dann haben wir Schattendron verzauberter Wald eine Kerze. Gucken wir jetzt mal, was hier Lila, wie zu erwarten. Ich muss immer vor mein Gesicht halten, sonst stellt meine Kamera nicht scharf. Die stinkt diesmal gar nicht so sehr. Also es ist immer noch ein Duft, den ich mir persönlich jetzt nicht kaufen würde, aber ich versuche mal rauszufinden, was das für ein Duft ist und dann sage ich so, die wird sich natürlich auch sehr gut neben dem Buch machen. Ich glaube, dann haben wir jetzt nur noch noch mehr Artikel. Uh, ein Notizbuch, auch in diesem wunderschönen Design. Kariert, nicht liniert. Ja, ein Ozean tobte hinter seinen Augen, ein tiefer, unergründlicher, wilder Ozean, der sie verschlingen würde, wenn sie auch nur einen Schritt hinein wagte. Klingt sehr spannend, aber auch wieder viel zu schön, um es zu benutzen. Also, die Artikel, bisher gefallen mir schon ganz gut, aber ich werde sie nicht nutzen. So leid es mir tut. So, das sind glaube ich die letzten Dinge. Ja, die letzten. Uh, 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 hier gibt's Karten, Charakterkarten. Ich habe noch keine Ahnung, wer das ist. Einmal wäre der Tier, da hätten wir noch der Tier, dann hätten wir noch der Tier und die. Also, es gibt einige Charaktere. Ich glaube, die hier gefällt mir am besten, weil sie sehr hübsch ist, also sehr hübsch gezeichnet. Ja, 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 ja. Das war's auch schon mit dem Inhalt. Ich dachte, irgendwie, da ist mehr drin. Falls es jemand auch die Box hat, kann er mir mal sagen, ob er oder sie auch dachte, dass da mehr drin ist. Also, wir haben einmal diese Charakterkarten oder Illustrationen aus Momenten des Buches. Wir haben das Notizbuch, wir haben den Leserbrief, wir haben die Halskette, wir haben Müll, wir haben natürlich das Buch und wir haben eine Kerze und natürlich die Krone. Ja, vielleicht war die auch etwas teurer und deshalb wurden es weniger. Ach, die brennt sich hier in meine Hirnhaut ein, ich sag's euch. Puh, die ist definitiv für kleine Köpfe gemacht, aber ich hab eigentlich schon einen sehr kleinen Kopf. Ja, die rutscht auf jeden Fall nicht runter. Mit der kannst du fast Headbangen, aber wenn die zurückschnallt und nach vorne haust du dir auch ein Loch in den Kopf. Also, das lassen wir mit dem Headbangen. Ja, ich guck mal, ob hier draufsteht, was für ein Duft das ist. Schattenthron Krone, Schattenthron Kerze, nein, ich stehe nicht dabei, Viererkarten zum Buch, Notizbuch mit einem Zitat aus Schattenthron, Silberkette mit einem Zitat aus Schattenthron, Schattenthron Sonderausgabe. Nein, steht nicht dabei, was es ist. Und die Foto-Challenge, ja, das Unpacking habe ich dann hiermit ja jetzt schon hier gemacht. Kerze und Notizbuch soll man zusammen fotografieren, die Krone, das werde ich vielleicht machen am 19. mit der Krone, Foto, wenn ich sie jemals wieder von meinem Kopf entferne, bis dahin. Aber die ist doch echt mega schön. Ja, das ist echt mal was anderes, was es so in anderen Boxen noch nicht gab, glaube ich, also zumindest in denen, die ich habe. Ja, muss sagen, die Box gefällt mir viel besser als die Beautiful Monsters Box. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, das hat mich jetzt wieder so überzeugt, dass ich doch wieder mehr bei Chester Phenems kaufe. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal verraten, wie ihr das Ganze seht. und auf jeden Fall möchte ich wissen, was euer Favorite Artikel aus der Box wäre, auch wenn ich mir es schon denken kann. Die gefällt mir jetzt so richtig gut. Also, ihr Lieben, ich verbleibe hiermit, hochachtungsvoll. Wir müssen jetzt auch ein bisschen gehobener sprechen mit unserer Krone. Ja, ihr seht, die gefällt mir sehr gut. Vielleicht gehe ich damit gleich einkaufen. Who knows? Ja, ich würde sagen, ich höre auf zu labern. Das war es von mir. Das war das Unboxing. Falls sich doch noch mal was ändert, dann werdet ihr es natürlich sofort erfahren. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017